Herzlich Willkommen zu der heutigen Folge von KTN Kuhl. Wir ernten aktuell 4.54 Uhr. Wir sehen, wer da jetzt fahren will. Na, noch durch alle Baum im Weg. Ah, Trimmers. Na ja, wir können meistern, ne ja. Ich schau mal, dass wir die Lagerballen wegkriegen. Noch zwei raus. Können wir die Zettel schaffen. So. Voll. Dann werden zurück. So, da ist alles frei. Wow. Können wir weiterfahren. Die Altbäume kann plan werden, ja gut. Ja, zu spät. Gut. Ich habe die Arbeit schon mal. Ich stecke den Verkehr fest. Ich bin so flessig. Ich bin so flessig. Ich bin so flessig. ich bin so flessig. Ach, ne. Oh, Mann... Ach, ne. Da hat er eben leer gemacht, aber gleich den Anschluss weggerannt. Oh, nicht schlecht. So liegt die Ladung quer auf Macke. Oh, was Glück gehabt. Mal rufen lassen, ne? Ich würde sogar passen, weil da kann man nicht aufhören. Oh, das ist gut. Das war's für heute. tschuldigung ein bisschen Verlust wir leben, ne? muss der Motor sein fängt runter heute, fängt runter so, dann müsste er eigentlich gut laufen kurz über den Hohen machen, über den anderen sieht ganz gut aus ich glaube, der fährt nicht mehr nach rechts ich glaube, der fährt nicht mehr bleibt stehen, ist gut ist noch besser so wir müssen die Lautstärke fahren kommt ja zu nix hier jetzt lag er am Weg äh ja, ne voll einer am Weg kommt der Weg mit von 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 Wir haben es geschafft, dass es eine Stufe ist, ist das gut? Das finde ich gut. Die Kante ist nicht schön. 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 Sobald ich die Frucht am Auge habe, in Sicht fällt, tut er sich schwer. Aber das kann normalerweise nicht sein. Jetzt noch mal ein bisschen Geld verdienen. Heute Nacht. Jetzt auch den Teufel weg. So. Kommt den nächsten. Jetzt fahrrad hier wieder schief geht. Jetzt fahrrad hier. 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 Jedenfalls brauchen wir nicht für Stroh. Jetzt fahrrad hier. Jetzt fahrrad hier. ... die Ballen weg, auf der Arbeit, vor allem die Ballen rollen die auch weg, damit der für den Kmalerballen kommt. Überdeutredende Reifen. Ich weiß gar nicht tun, dass... Gas, Gas geben, Gas geben. ... die Ballen zur Uhr. Wormes Frühschicht. So. So, ich sollte die Balken hier aufnehmen. Dann fertig. Drei, drei Stück. Der erste Rollt schon in eine gute Richtung. Die stehen. Passt. Ich hab' schon gewachsen. Ich glaube, wir kriegen noch mal was. Ich kann noch mal was. Ich weiß nicht, ob es den möglichen Truppen oder sowas ist. Aber jetzt ist es egal. Ich zieh' mich drüber. ... 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